Tag 874. Heute gibt es eine Reihe von Entwicklungen aus dem Raum Toretsk. Hier haben die Ukrainer die 95. Luftlandebrigade in die Region verlegt, um die Lage zu stabilisieren und die russischen Kräfte durch schnelle Gegenangriffe zu schwächen. Das Hauptziel der Russen besteht darin, die Frontlinie zu begradigen und eine zweite Vorstoßachse in Richtung Kostjantinivka zu eröffnen, um den stagnierenden Angriff auf Chasifia zu unterstützen. Um nach Kostjantinivka vorzustoßen, müssen die Russen zunächst die ukrainische Stadt Toretsk unter ihre Kontrolle bringen und sie haben vor kurzem begonnen, von zwei Seiten auf die befestigte Stadt vorzurücken. Da die Russen jedoch noch keine großen Reserven in die Region verlegt haben, sind die beiden russischen Einbrüche bei Pivnitschne und New York wahrscheinlich keine geplanten Offensivoperationen, sondern eher opportunistische Schläge nach einer gescheiterten ukrainischen Brigaderotation. Da den russischen Streitkräften keine Reserven zur Verfügung stehen, stehen die russischen Soldaten an der Front unter Zeitdruck. Sie haben nur eine begrenzte Zeit, um ihre Ziele zu erreichen, bevor ihnen Männer und Material ausgehen. Derzeit versuchen die Russen, die ukrainische Verteidigung zu überwältigen und einen völligen Zusammenbruch der ukrainischen Verteidigung herbeizuführen, indem sie überall in der genauso gut befestigten Siedlung Pivnitschne Infanterieangriffe starten. Die Russen haben außerdem eine groß angelegte Bombenkampagne auf die Stadt gestartet, bei der sie Gleitbomben, thermobarische und konventionelle Artillerie einsetzen, um ukrainische Stellungen am Rande der Siedlung und des Hochhausviertels zu beschießen. Die Lage am Stadtrand ist äußerst unbeständig. Russische und ukrainische geolokalisierte Aufnahmen zeigen, dass beide Parteien in demselben Gebiet aktiv sind, wobei es den Russen manchmal gelingt, den Stadtrand zu erreichen, aber auch hier werden sie schnell ausgeschaltet. Um die Lage zu stabilisieren, wurde die ukrainische 95. Luftlandebrigade, die von der ukrainischen Führung häufig zur Stabilisierung kritischer Situationen eingesetzt wird, als schnelle Eingreiftruppe angefordert, um einen Gegenangriff durchzuführen und russische Angriffsgruppen aus der Siedlung zurückzudrängen. Das erste Ziel der 95. Brigade bestand darin, die Russen aus dem nördlichen Außenbezirk von Bivnitschne zu vertreiben, da der Süden durch das Hochhausviertel geschützt war und die russischen Angriffe im Norden das dringlichere Problem darstellten. Die Brigade veröffentlichte eine Vielzahl von geolokalisierten Aufnahmen, die ihre Kampfhandlungen dokumentieren, als eine ukrainische Drohne russische Angriffsgruppen dabei filmte, wie sie in Häuser am Stadtrand vordrangen. Die Ukrainer feuerten sofort mit Artillerie auf die Gebäude und stoppten den russischen Angriff. Die ukrainischen Drohnenoperatoren überwachten das Gebiet weiterhin intensiv und nahmen jede russische Bewegung oder Position mit Artillerie, Drohnen und von Drohnen abgeworfenen Granaten ins Visier. Nachdem die russische Präsenz in den Außenbezirken auf nahe zu Null reduziert worden war, bestand der nächste Schritt darin, die russischen Stellungen im sogenannten Arm von Pivnitschne zu eliminieren. Um dies schnell zu erreichen, starteten die Ukrainer einen Gegenangriff mit einem gepanzerten Mannschaftswagen, der mit seiner Automatikkanone entlang des Arms feuerte, um die russischen Stellungen zu zerstören, die sie hier errichtet hatten. Interessanterweise war dies kein Einzelfall, sondern die Ukrainer setzten weiterhin gepanzerte Mannschaftstransporter und Schützenpanzer ein, um die russische Position zu untergraben. Einmal setzten die Ukrainer sogar einen Panzer ein, der hochexplosive Granaten auf wichtigere russische Stellungen abfeuerte, um sicherzustellen, dass diese zerstört wurden. Schließlich griffen sie einen russischen Panzer an, der russischen Einheiten Feuerunterstützung gab und setzten ihn außer Gefecht, bevor sie ihn mit einer von einer Drohne abgeworfenen Granate ausschalteten, was die Munition im Brand steckte. Wenn ihr Zugang zu den unzensierten Originalaufnahmen aller Operationen der 95. Brigade haben möchtet, findet ihr diese auf unserem Telegram-Kanal, unter dem Link in der Beschreibung. Die plötzliche und hohe Intensität der ukrainischen Gegenangriffe in den Außenbezirken hat die russische Präsenz in diesem Gebiet und ihre Stellung in den Außenbezirken erheblich geschwächt. Während die Ukrainer noch keine Gegenangriffe gestartet haben, um die Russen komplett zu vertreiben, haben Drohnenbetreiber die Nachschubwege mit Babayaga-Oktokoptern vermint und Minen auch direkt auf russische Stellungen abgeworfen. Die Ukrainer zielen nicht nur mit Minen auf Versorgungsrouten, sondern haben sie auch unter Kamikaze-Drohnen montiert und greifen damit eventuelle Verstärkungen an. Beobachtungsdrohnen markieren diese Routen, was den Ukrainern hilft, russische Verstecke aufzuklären und mit Mörserfeuer zu bekämpfen. Während die ukrainischen Gegenangriffe im Norden die russische Bedrohung brachen, ist die Lage im südlichen Teil von Pivnitschne schwieriger, da die Russen ihre Bomben und Artillerieangriffe auf das ukrainische Hochhausviertel konzentrierten. Eine Beobachtungsdrohne filmte das Ausmaß der Zerstörung, als die Russen alle Gebäude zerstörten, die den Ukrainern als Verteidigungsstellung dienten. Durch die schiere Zerstörung gelang es den Russen, die südlichen Vororte und Teile des Waldes unter ihre Kontrolle zu bringen und so weitere Angriffsmöglichkeiten auf die ukrainischen Hochhausbefestigungen zu eröffnen. Trotz der intensiven russischen Bombardierung veröffentlichten die Ukrainer weiterhin Videos von heftigen Häuserkämpfen aus den Wohnblöcken. Die Aufnahmen zeigen, wie die Ukrainer russische Soldaten mit Handfeuerwaffen und Handgranatwerfern bekämpfen. Die unsensierten Aufnahmen der Häuserkämpfe sind auch auf unserem Telegram-Kanal zu finden. Ukrainische Kämpfer teilten auch Material und Bilder von russischen Gefallenen, die versucht hatten, sich den ukrainischen Stellungen zu nähern oder in sie einzudringen. Gelokalisiertes Filmmaterial zeigt, dass mindestens eine russische Angriffsgruppe es bis zu den Wohnhäusern geschafft hat. Zum Pech der Russen eröffneten die Ukrainer sofort das Feuer auf die russischen Soldaten mit Artillerie, wodurch viele von ihnen außer Gefecht gesetzt wurden. Die Ukrainer schickten dann einen Panzer, der die Aufgabe mit hochexplosiver Munition erledigte und die Reste der russischen Angriffsgruppe zerstörte. Insgesamt lässt sich festhalten, dass die Russen unter dem Mangel an Verstärkung in Pivnitschne leiden und bald nicht mehr in der Lage sein werden, ihre Offensivoperationen aufrechtzuerhalten. Die ukrainische 95. Luftlande-Brigade wurde in das Gebiet verlegt und führt in den nördlichen Außenbezirken rasche Gegenangriffe durch. Dadurch wird die russische Stellung erheblich geschwächt und die Logistik der Russen ist stark beeinträchtigt. Währenddessen konzentrierten die Russen ihre Bombenangriffe auf den Süden, rückten leicht vor und eröffneten weitere Angriffswinkel auf das Hochhausvattel. Wenn es der ukrainischen 95. gelingt, ihre Operationen im Norden schnell abzuschließen, können sie ihre Aufmerksamkeit auf den Süden verlagern und hier die gleichen Ergebnisse erzielen. Wenn ihr gegen die Invasion der Ukraine seid und unsere Arbeit unterstützen wollt, solltet ihr einen Blick in den Onlineshop UA Supporter werfen. Auf die besonders beliebten Artikel mit den Partnerflaggen gibt es noch die nächsten drei Tage bis zu 40% Rabatt. Der Link zum Shop befindet sich in der Beschreibung. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis morgen.